In diesem Video zeige ich dir, wie du einfach und schnell eine Übersicht aller angemeldeten Benutzer und auch historischen im SAP-System erhältst. Es gibt dazu zwei Transaktionen, mit denen du einfach und schnell ermitteln kannst, welcher SAP-Benutzer gerade im SAP-System angemeldet ist. Und zwar, die erste Transaktion ist die AL08, das ist die systemweite Liste der Benutzersitzungen und die SM04-A-Meldung an einer AS-Instanz. Sehen wir uns das nun konkret an. Die Transaktion AL08 zeigt dir eine Liste aller systemweit angemeldeten Benutzer am SAP-System. In dieser Liste werden alle Application-Server-Instanzen berücksichtigt. Man kann dadurch erkennen, welcher Benutzer welche Anwendungen gerade benutzt. Diese Spalte zeigt jedoch nur die zuletzt aufgerufenen Transaktionen auf. Vor allem zeigt die Spalte Typ der Benutzersitzung nützliche Informationen. In dieser Spalte kann man erkennen, ob der SAP-Benutzer direkt über die SAP-GUI das System benutzt oder remote über eine RFC-Aufruf. In der Spalte Client-Rechner wird die Rechnernahme abgebildet. So kann man eindeutig herausfinden, mit welchem Hardwaregerät der SAP-Benutzer die Verbindung aufgebaut hat. Möchte man im SAP-System über alle Instanzen hinweg die angemeldeten Benutzer überprüfen, so eignet sich die Transaktion AL08 hervorragend. Mit der Transaktion SM04 erhält man eine Übersicht aller angemeldeten Benutzer an einer Application-Server-Instanz. Und zwar wechseln wir nun zu dieser SM04. Ein SAP-System kann man technisch auf mehrere Instanzen aufteilen. Eine Instanz ist sozusagen ein Server. Bei der Anmeldung an das SAP-System bestimmt das System eigenständig durch optimierte Lastverteilungen, auf welche Instanz man angemeldet wird. In der Transaktion erhält man ebenfalls die notwendigen Detailinformationen über die angemeldeten Benutzer, z.B. Benutzer-ID, Client-Rechner, Anwendung, Typ der Benutzersitzung. Möchte man nun herausfinden, angemeldete Benutzer an einem bestimmten Tag oder Zeitraum, so gibt es eine Transaktion dafür, und zwar die ST03. Diese eignet sich für die Systemlast im System, aber man kann hier auch das Anwenderprofil für Auswertungen heranziehen. Dafür klickt man auf die gewünschte Server-Instanz und hat dann die Möglichkeit, auf den gewünschten Zeitraum einzuschränken. Im Anschluss kann man dann über das Anwenderprofil herausfinden, wer zu diesem Zeitpunkt bzw. zu diesem Tag angemeldet war und auch welche Transaktionen ausgeführt worden sind. Wie gesagt, diese Auswertungen kann man aber nicht zu 100% vertrauen, da es möglich ist, die Daten zu löschen oder zu reorganisieren. Ich hoffe, ich konnte dir damit wertvolle Zeit sparen und würde mich freuen, wenn du auch im nächsten Video mit dabei bist. Falls du Fragen dazu hast, hinterlasse mir einfach einen Kommentar und bitte nicht vergessen, diesen Kanal kostenlos zu abonnieren, damit ich noch mehr Videos anbieten kann. Und bedanke mich sehr herzlich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Vielen Dank.